Viel Dreck und viele Kanten. Bei der Reinigung von Deckel einer Mülltonne nehme ich den Reinigungshandschuh Grün Langflor. Den mache ich nass und gebe einen Spritzer Intensivreiniger direkt auf die Faser. Damit reinige ich die Oberfläche. Bei Bedarf wiederhole ich den Vorgang, denn der Reinigungshandschuh lässt sich sehr gut auswaschen. Danach noch mit einem feuchten Profituch nachwischen und fertig. Viel Spaß bei der Reinigung von deiner Mülltonne.